Du hast 90 Sekunden Zeit, du darfst nicht Ja oder Nein sagen, auch nicht nicken oder äh äh. Lara, dann starten deine 90 Sekunden ab jetzt. Hallo Lara. Hallo. Alles gut bei dir? Mir geht's gut. Dicken Mann mit CK, oder? CK. Und Doppel N am Ende? M-A-N-N, ja. Hast du Bock auf das Spiel hier? Nein. Hast du schon mal gespielt? In Lyon. In Lyon? In Lyon, hab ich das schon mal gespielt? Ja oder Nein? In Lyon. Okay, fangen wir an, okay? Können wir. Was darfst du noch mal nicht sagen? Was soll ich jetzt sagen? Du bist ja Schweizerin, oder? Ich komme aus Luzern. Bist du in Kriens geboren? In Zürich. Aber du bist ab und zu mal zu Besuch in der Schweiz? Auf jeden Fall. Die Schweiz ist ja bekannt für die Schokolade. Gönnst du dir auch mal ein Stück Schweizer Schokolade? Das ist die beste, ja. In der Schweiz spricht man ja viele Sprachen. Gehen wir es mal durch. Sprichst du Französisch? Französisch, Italienisch. Italienisch? Ich nicht. Nee. Aber am liebsten Deutsch. Deutsch ist am besten. Englisch sprichst du aber auch ganz gut. Du hast auch mal in den USA gelebt, oder? Von 2004 bis 2008. In Ohio? Columbus, Ohio. Danke für deine Zeit. Bitteschön. coh�outine. 2027. Berlin 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 Berlin